ja guten morgen herr hoxton ja tag auch was halten sie denn von meiner idee die wir beim letzten mal schon verfolgt haben dass wir ein paar windräder können wir stehen sind sie nervös oder was müssen sie ja oder was frisch ich habe irgendwie im heu gelegen und frisch im schritt oder was außerdem gucken sich mal die heute da an der wisse mit den eutern diesen lang und sich mal drunter legen so viel möglich kann ich glaube ich gar nicht also auf die karte ja wir machen jetzt ja die eiche denke ich mal die eiche ja windrad eiche ist nämlich stufe 1 habe ich das jetzt habe ich das jetzt verfolgen ja dann würde ich mal sagen jetzt doch nach ihm sie wollen jetzt mal vor nur mal wie wir hier unter unter hier mit der treppe unter so und hier war irgendwie ein ausgang ich sollte immer meine brille hat sich hört sich komisch an wenn ich sage ich muss meine brille abnehmen denken sie an die türe die tür wieder zu wenn man schon herrscht ja ich mag die tür schon zu jeder einzelne die türen schließt so 14 meter ist unser ziel da lief gerade mit zeit hast du gesehen was sind dafür typen wir gönnen die dazu das stimmt war nicht so sie bist du da wir werden was was wer war wer war das jetzt wieder wieso sie jetzt mal gucken wie ich jetzt überhaupt hier springen ich kann nicht mehr springt wie ging das noch mal was ist denn mit ihnen los die susi ja wo sind die susi wo sind sie denn wo sind sie denn neben mir können gar nicht neben mir sein weil ich oben bin sind schon oben dann komme ich immer zu ihnen hoch also weiter gejuggert hier ja ich kann wenigstens ich glaube ich muss guck mal da oben da ist auch was parkour herausforderung ja hier ist ein händler händler hol dir was du brauchst ja mache ich wann hast du denn zu verkaufen ihr kollege du hast ja gar nichts junge dann bis später ja tschüss so lassen wir uns mal weiter hier wir müssen jetzt zum ziel hier wo ist das denn jetzt so dass da gerade aus da geht es weiter kommen sie dann müssen wir allein und da jetzt schon dahin ja ich will zum windrad ja ich sehe ich sehe die moment noch nicht jetzt noch ein stück und hab da ist haben sie es ist könnte hinter dem oder hinter dem turm dahinten oder warte mal und oben dahinten ist ein windrad ja dann ist das ab 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 building absch exponential ab 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 web Ja. Da kann man drauf. Gut. Dann hüpfen wir mal ein bisschen. Ist der Parcours hier, ey. Wo sind sie denn? Hinter ihnen. Immer hinter ihnen. Echt? Ja, echt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier geht's runter. Alter Belly, ey. Er ist aber gerannt hier, ey. Hier geht's runter und dann müssen wir da hinten hoch. Okay. Und weiter geht's. Hier ist auch so eine Sicherheitszone, ne? Das ist der Hauptbahnhof. Wir wollten ja eigentlich eine Schnellreise machen. Ja. Weih! Wir haben ein Ziel vor Augen. Ja. Jo! Okay, ich bin oben. Ähm. Da? Ja. Da. 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 Da ist das Ziel. Ja. Aber wir müssen doch nur noch raufkommen, ne? Ja. Ja, dann kriegen wir, glaube ich, hier rüber. Ich glaube, hier kommen wir rauf. Okay. Ja, oder auch nicht. Hä? Und noch? Hier ja schon oben. Und ab nach oben. Öben drüben. Hier. So. So. Da ist das Ziel. Ja, hier. Hier ist es. Ja. Und das müssen wir freimachen hier, das Gebäude. Hier. Ist es nicht das, wo wir... Weiß nicht, ist es das? Ja, das ist das Ziel. Nur haben wir das nie geschafft. Das ist das? Weil wir die Ausdauer nicht haben. Na, ich weiß nicht, war es das wirklich? Ja, ich denke mal schon, ne? Du könntest es ausprobieren. Ich teste mal an. Jo. Sehr schön, dass man dran vorbeigesprungen ist. Oder machen Sie das frei, wenn Sie können? Okay, ich bin schon oben. Ja, da machen Sie. Schaffen Sie das denn auch? Ja, ich habe es geschafft. Ich komme nicht hoch. Red ich um. Ja, wie dreh ich um? Auf anderen Seite musst du rüber. Ja, da mache ich das halt nochmal. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Was ist da los, Herr Hoxtell? Komm ich rauf. Dann werden wir uns mal darüber häkeln. So. Hopp. Schnups. Und umdrehen. Und schnups. Und dann. Dann geht es da oben weiter. Schnups. Und dann? Da ist so ein kleines Hechtendingen. Ja. Dann muss ich da oben hoch. Genau. Dann kann ich denn da ran springen. Komm ich denn da ran? So. Und dann. Bist du jetzt noch rüber, von da hinten rüber gesprungen? Ja, ja. Und dann da. Und dann da. Und dann da. Oh. Ich bin da oben. Da bin ich auch mal gespannt. Oh. Und jetzt kann man hier eine Leiter hochklettern, irgendwie. Ja, also da ist er noch. Jetzt gehen sie um die Ecke. Ja. Oh mein Gott. Und die Leiter hoch. Genau. Okay, soll ich den Ofen machen? Warten Sie. Ja. Yes. Windrad Eiche. Checker. 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 Das war ja noch relativ einfach. Ja. Ja, da sind alle mit Stufe 1. Sie sind ziemlich einfach. Komm Sie bitte näher ans Mikrofon, bitte. Ich bin ganz nah dran. Das jetzt sind Sie nah dran. Bin so nah dran, das glauben Sie gar nicht. Oder Sie stellen mal Ihren Genregler da oben, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Mal ein bisschen. Ein bisschen lang. So nach 1 Uhr. Ja, 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 ja. Genau. Das haben Sie gut gemacht. Windrad Eiche. Und wieder eine Sicherheitszone freigeschaltet. So sieht es aus. Ich schau mal auf die Karte. So, das ist frei. Und jetzt sind noch ganz viele versteckte Orte. Da ist aber noch unbekannter Ort. Ahorn haben wir ja freigemacht. Genau. Das möchte ich, den Wegpunkt möchte ich gerne wegmachen. Wie kann ich ihn entfernen? Unten haben wir ein Schwimmbad. Query End. Da haben wir noch ein Dachaußenposten. Mhm. Peace Creeper Gebiet. Ja, gute Frage, ne? Mhm. Ich meine, das haben wir ja schon mal frei. Das ist schon mal gut. Genau. Da, Windrad Weide ist auch ein... Ist eigentlich auch Stufe 1. Wo haben Sie das? Na, oberhalb. Windrad Weide. Ja, genau. Ja, dann müssen wir natürlich durch das ganze Viertel da durch. Ja, noch ist hell. Ja, dann... Weil wir haben ja zwischendurch, wenn es dunkel wäre, haben wir ja noch Ahorn. Kann man da keine Schnellreise hin machen? Guck grad mal. Nach Ahorn? Weil dann... Nee, leider nicht. Also müssen wir da durchlaufen. Ja. Das Einzige, wo wir eine Schnellreise machen könnten, wäre zum Bazar wieder. Glaube ich, oder? Nee, auch nicht. Nee, wir müssen da durch. Erstmal. So, ich hab das jetzt mal verfolgt. Ja. Und dann würde ich mal sagen, das haben wir jetzt sicher und jetzt machen wir einen Abgang nach da hin. Genau. Sind Sie bereit? Ich bin bereit, wenn Sie bereit sind. Bereit. Noch bereit. Geht gar nicht. Wo sind Sie überhaupt? Na, bereit. Ich seh Sie gar nicht. Wo sind Sie denn schon wieder? Ach, da sind Sie schon rübergerutscht. Mein Gott. Wie rübergerutscht. Wo sind Sie denn? Ich komme. Ui. Das ist die Flöte, ey. Hier, da müssen wir runter. Hier, da. Juckana! Abwärts. Uu. Ui. Okay. Und running. Hap. Hap. Ich glaube, hier laufen ein paar Idioten rum. Ja, da stehen sie. Gucken Sie mal. Ja. Junge. Junge. Der wollte mir Hallo sagen, hat er gesagt. Hopp. Was hab ich mir mit das aussehen? Ist der ausgerichtet? Hier ist ein Evakuierungskonvoi. Oh. Ja, sieht gut aus. Die fressen ja noch. Wir konnten mal so'n Sprung, wie tritt man denn nochmal? Ähm, gute Frage, nächste Frage. Ich hab das schon wieder vergessen. Ich hab das schon wieder vergessen, wie man springt. Wie man tritt. Aber ich weiß, wie man eine Münze schmeißt. Das interessiert ja keinen. Doch, gucken wir mal die gucken. Aber wie, 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 wie macht man das? Aber es sind mir zu viele hier. Gucken Sie sich da mal an, ey. Das geht ja gar nicht, ey. Die haben ja noch Nahrung. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Wer spricht denn hier? Guck mal da unten, der Idiot. Komm hoch. Komm, Junge. Ja. Guck mal da unten, der Bekloppte. Ja. Ja, dass die doch fressen von dem. Komm. Haben wir nichts mit dir zu tun. Ehrlich, ey. Wir müssen andere Sachen machen. Auf jeden Fall. Yippie, ey, ey. Entschuldigung. Ja. Löder Wichser. Hat der Wichser gesagt? Löder. Äh. Brennstoffbehälter erkannt. Oh. Was denn für ein Gebäude hier? Was? Da kann man hochklettern. Das ist das komische Gebäude, wo man vorher nicht reinkam? Ich glaube, das ist das Gebäude, wo dieser Hut... Ey. Was willst du denn? Du hast Arschloch gesagt. Kollege. So nicht? Ehrlich, ey. Was ist jetzt doch nun? Bist du ein bisschen kufflos, ne? Ja. Da kann man hochklettern. Sollen wir nochmal hochklettern? Ja, können wir machen. Bleister, watt. Da muss er nach Salz springen, ey. Ja, watt. Ja, schön wär's, wenn man das könnte, wär wohl. Aber ich glaube, so kommt man da dran. Nein, ich bin dran vorbeigesprungen. Das ist das Gebäude vom Hubi. Bin dran vorbeigesprungen. Ja, sie müssen hier springen. Ich muss hier springen. Aua! Wo muss ich springen? Hier auf der Seite, glaube ich. Wo sind sie denn? Von dann in die Leiter. Ist das eine Leiter? Ja. Genau, hier weiter, 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 dann an diese Liane und dann hier weiter rüber. Das ist das Gebäude von dem Hubi. Hubi, dem, aha! Dem Halbaffen. Hubi, der Halbaffen. Und dann ging das hier oben nämlich weiter. Weiß ihr auch, dass er ihn sonst so nennt? Ich weiß es nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er so begeistert ist, dass man mal Hubi-Halbaffen sagt. Er sieht halt aus wie einer, ne? Er ist halt einer. Ich möchte mich bei allen Leuten entschuldigen, die Hubi heißen. Absolut. Das hat nichts damit zu tun. Okay, ich bin oben. Vielleicht. Yes. Hier war der Hubi, hier hinten. Hier hinten war irgendwo der Hubi. Sie haben ein Sperrgewicht gedreht. Genau, hier lag er in der Ecke. So, dann gucken wir mal. Da hinten muss irgendwo unser, da ist unser Rad. Da hinten, ne? Ja, ist es. Eui, 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 eui. Schaffen Sie das, da wo das X ist, hinzuspringen? Ich, äh, ja. Nein! Wir versuchen das auch mal. Ich verblute. Uh, ich sterbe. Scheiße, ich auch. Ich auch. Hätte ja durchaus sein können. Ja. Hätte. Ähm, hallo Leute. Hallo. Ähm, hallo. Nee, ihr braucht uns nicht anknabbern. Wir sind nämlich tot. Das war ja nur ein Versuch. Fand ich. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Respawn, natürlich. Natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Pass auf. Ja! Na sicher! Warum nicht? Äh. Ich glaube, das war keine gute Idee, was wir da gemacht haben. Oh, am Windrad? Ja, aber an welchen? Äh, ich würde sagen, dass wir gerade freigem- Ah, nee. Nö. Wir sind ganz gut dabei. Die sind ganz gut dabei, eigentlich. Ahorn. Genau, wir müssen ja da hinten hin. Aber es wird dunkel. Ich glaube nicht, dass die da durchlaufen möchten. Wie später haben wir denn? Ähm, wo ist denn hier eine Uhr? Da war doch irgendwo eine, ne? Im Menü vielleicht? Nö. Ach unten. 18,45. Ja, siehst du das denn? Die Nacht. Äh, unten rechts. Ich bin bei mir nicht angezeigt. Ähm, warte mal. Ich hab das irgendwie nicht richtig verstanden. Also, bei mir bin ich sage, jetzt unten 18,40. Wenn sie auf der Karte sind, dann sehen sie unten rechts die Uhr. Achso. Und die blendet. Ja, nee, da brauchen wir ja nicht loslaufen, ne? Nee, dann bleiben wir hier die Nacht hier und verbringen die Nacht. Ja. Weil hier ist ja... Warten wir noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen. Gibt es hier noch was zu höhlen? Irgendwie so Dachterrassen? Hier waren wir schon mal. Ich weiß, dass wir schon mal hier gewesen sind. Ja, los, ich klappern wir hier, weil... Sonst wär's ja nicht frei, ne? Ja. Aha. Ui, ui. 19 Uhr, die Nacht beginnt. Ja, Moment. Alarme? Ja. Schaut euch das an, Leute. Ja, der Sprung, der ging, der war ja wohl richtig, der ging in die Hose, ne? Ja, der war... Bitte. Der war nicht so groß. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob er irgendwo das finden. Das Windrad, wo ist das? Da ist es. Ist gleich so weit weg. Gucken Sie mal, ist das das große hier? Ja. Das müsste sein. Oder? Das Windrad, was da steht. Nee, das hier ist das, oder? Das da. Gucken Sie mal. Nee, 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 nee. Und dann geradeaus. Doch, 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 doch. Hier kommen Sie zu mich. Wo sind Sie denn? Ja, hier drüben. Ja. Da hinten ist es ja, ja, ich sehe schon. Okay. Ich sehe schon. Ja, ich glaube, dann können wir mal bis an der Morgen. Nee, können wir noch nicht. Achso. Ich meine, wir sind ja sicher hier. Da passiert ja nichts. Genau. Das ist ja das Gute daran. Da können wir uns die Nacht hier angucken. Wie die ganzen Bekloppten hier anfangen. Durch zu drehen. Und die Blitzer hier kommen. Und die Renner kommen. Und gleich schreien die wieder alle. Ja. Kann ja mal eine Münze schmeißen. Warten Sie mal. Ich habe noch eine andere Idee. Ich möchte mal eben kurz schauen. Ich gehe mal in die Option. Noch mal gucken, wie man tritt. Ich habe da ganz wenigstens. Wie tritt man denn? Ja, wo bin ich gerne. Jetzt noch mal. Wo findet man das? Da, Tastenzuweisung. Warum gucke ich denn nicht gleich? So, warte mal. Ich sage dir das gleich. Aber du spielst ja wieder mit Controller, ne? Ja, war ja klar. So, dann ist schon mal springen. Und so, dann haben wir ja alles dran. Da sind sie schon am Schreien. Warte mal, Überlebenssinn ist dann umschauen. Abwehren. Ja, ist klar. Treten. Ich habe es gefunden. Ja? Ja, ich sage es aber nicht, weil du ja mit Controller spielst. Ach so. Macht ja keinen Sinn bei dir. Na gut, ich habe es gefunden. Ne, habe ich nicht. Moment, ich gucke nochmal. Und es ist eine dunkle Höhle. Ich habe es gefunden, auf jeden Fall. Okay. Da stand nämlich jetzt gerade. Moment. Noch mal ein weiter schalten. Da. Treten mit E. Mit E. Ich kann mich nicht. Mit E kann ich treten. Okay. Wollen wir uns mal gucken? Ja. Soll ich auch mal gucken? Passend an euch. Ich gucke auch mal eben. Ähm. Steuerung. Ja. Super. Ja, super. Läuft, ne? Kontrolleansicht. Ah, da. Treten. Da. Linker Button, rechter Trigger. Ja, ich brauche aber nur eine. Linker Button, rechter. Da ist es. Ich brauche aber nur eine Taste drücken. Und du musst zwei drücken. Also bin ich schon schneller als du. So, sollen wir mal gucken? Ja. Ja. Oder? Machen wir beim nächsten Mal. Leute, bis morgen. Tschüss. Tschüss.